Hallo Freunde, ich begrüße euch wieder ganz herzlich hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung im Landwirtschaftssimulator 2013. Mein Name ist Venevi von den Gaming Creeps und heute ist es mal ein bisschen anders, denn ich spreche oft. Das heißt, ich spreche den Ton getrennt vom Video mit Skript und etc., so wie ich das eigentlich immer bei den Maps mache. Jedenfalls geht es heute um den Arcusin 4Stack, ich hoffe das ist richtig ausgesprochen, der zum Stapeln von Quaderballen gebaut ist. Der Mod ist von Big Boss Modding und kostet 22.200€ und nochmal 40€ am Tag. Mit der Taste X könnt ihr den Arcusin in die Arbeitsstellung bringen, um dann mit dem Sammeln der Ballen zu beginnen. Auf dem Nummernpad braucht ihr dann nur noch die Tasten 7, 8 und 9, um den 4Stack zu bedienen. Die Taste 7 ist für das Greifen der Ballen, die 8 um die oder den gegriffenen Ballen zu liften und die 9 um die Klappe hinten zu öffnen. Zum Abstellen. Das Ganze ist eigentlich nur für 3 Ballen gedacht, man kann aber auch mehr Ballen stapeln. Ich weiß nur nicht, wie sich das dann mit der Physik verhält. Im Großen und Ganzen ist es schon ein nützlicher Mod, der das Einsammeln der Ballen erleichtert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich sehr über eure Meinung, ob ihr das direkte oder das aufgesprochene besser findet, freuen. Ihr findet den Mod-Link sowie alle Social Media Links natürlich in der Videobeschreibung. Und guckt auch mal auf unserem Kanal vorbei, was wir sonst noch alles für coolen Stuff haben. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns auch sehr über ein Abo freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.